Die Weatech GmbH aus Obersondheim im Kreis Schwäbisch Hall fertigt seit 2007 Präzisionsbauteile aus Metall und Nichtmetall. Als Zulieferer für Maschinen- und Anlagenbauer können wir unseren Kunden hochpräzise Bauteile in Klein- oder Mittelserien anbieten. Auch beim Bau von Prototypen haben wir uns auf anspruchsvolle und komplexe Teilfertigungen konzentriert. Bereits bei den ersten Überlegungen beraten wir unsere Kunden bei der Prototypenentwicklung. Unsere Konstruktionsabteilung entwirft dann auf Kundenwunsch mittels CAD-CAM und aktuellen Software-Tools erste Modelle. Wir verfügen über moderne CNC-Bearbeitungszentren inklusive 5-Achsenter, welche prozessoptimiertes Drehen und Fräsen von Bauteilen in einer Aufspannung ermöglichen. Neben unserer Erfahrung in der Fertigung von Präzisionsbauteilen für unterschiedliche Industriezweige bildet ein moderner CNC-Maschinenpark die Grundlage für unsere Leistungen. Mit aktueller Messtechnik werden unsere Präzisionsdreh- und Frästeile regelmäßigen Qualitätskontrollen und Prüfungen unterzogen, sowohl während der Produktion als auch am fertiggestellten Bauteil. Handgeführte 3D-Koordinatenmessungen garantieren exakte Ausführungen auf einen Bruchteil von tausendstel Millimeter genau. Weatech GmbH – Ihr Partner für Maschinenbauteile nach Maß.